hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wirft hier nach dem ticket und heute habe ich das spiel warte mal harry potter hogwarts mystery ich werde das spiel mal starten ich habe schon heruntergeladen allerdings habe ich meinen letzten spielstand nicht gefunden deswegen muss noch mal neu anfangen und habe jetzt einen anderen spiel stand ein bisschen warten vollbild machen ich bin jetzt schon ein bisschen weiter es gibt zwei sachen die ich machen muss aber hier zauber kommt sauberkunst oder 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 wir gehen hier rein und gehen zu einem duell ich würde mal sagen wir machen den duell so ist da ist da ist da mein erzfeind herr hula das ist nicht mehr ruhe das ist rohwand mein bester freund das ist merula und das andere war ben der hier das ist ben ich laufe hier ohne kittel rum weil mehr rula mein kittel zerstört hat beim erholer nicht aber wegen das ist mein kittel kaputt 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 auch tun die möglichkeit zwischen drei sachen ich bestimmt hinterhältig oder macht den angriff ich mach mal defensive zuerst er greift mich an ich habe kontert gut pinole macht schaden das andere und das genauso wie ich ah hinterhält ja 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 Nein, aber ich gebe mir. Ja, wohl. Oh! Oye, 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 es gibt's in der Karte. Ok. Do it, die ja kaum. Oh, die Punktetafel von den Fraktionenseiten. Okay, small. Okay. 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 Dann gehen wir jetzt mal hier rein, drei Stunden habe ich Zeit, das ist aber locker. Jetzt muss ich mal die Leute suchen oder die Sachen suchen, einmal anklicken und dann die Fragen mit meiner Energie beantworten. Die Energie ist hier oben, ich habe noch 47, jetzt habe ich schon drei. Nehme ich jetzt die Bücher, ein bisschen Wissen und, boah, kann man so irgendwie geschafft. Okay. Okay. Hier gibt es zwei Punkte, ja. Nehmt ein bisschen weiter hin. Oh, auch noch drin. Gut. 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 compключ. Super, dann nehmen wir jetzt den hier, jetzt gibt es da am meisten Punkte, immer das den wo es am meisten Punkte gibt, und, ja ok, das war schon besser. Und, ja, das war schon besser. Oh, Energie, ich nehme da lieber die Energie. Wie der sich freut. Sieht voll witzig aus. Okay, ich habe noch 20 Energie, das schaffe ich doch bestimmt. Und, jawohl, geschafft. Oh, wieder 40. Ich bin ein Talent. Und, nein, Multitall und einsam. Einsam. Und, nein. Das war schon. Und damit habe ich jetzt schon meinen anderen Account überholt, den ich nicht mehr gefunden habe. Okay, warum sollten sie nicht die härteste Strafe für ihre Tat erhalten? Ich habe meinem Freund geholfen, ich muss mich nur... Ah, ich mach mal is, tut mir leid. Oh, minus 20. Woah! Woah! Okay. Dann schauen wir mal. Drei Sachen kann ich machen. Lektion. So viel Geld habe ich glaube ich gar nicht. Okay. So. Okay. So. Anstößige Namen. Oh, da ist jemand, Luna. Was ist denn, dass sie hier Spieler? Ich bin auf Platz 1, keine Ahnung. 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 Kann ich mein Kittel wieder anziehen? Oh, was habe ich hier Neues gekriegt? Ich habe noch kein Haustier. Ich brauche noch ein Haustier. Ich brauche noch ein Haustier. Ich brauche noch ein Haustier. Mein erstes Leer ist fast vorbei. B ist ein Besteigen. Ich brauche noch ein Haustier. Ich brauche noch ein Haustier. Okay. Ach ja. Noch einen. Da muss ich das jetzt anders machen. Ich muss mir was kaufen. Jo. Manche Critic Spieler sucht nach den goldenen Schnaps. Das ist der Sucher. Also ein bisschen Ahnung muss man von dem Film haben. Wegen die ganzen Fragen die hier immer ankommen. Aber soweit ich schon weiß, wenn man sich alles genau durchliest, sagt die auch immer schon vorher die Fragen. Also. So. 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 Oh, jetzt nochmal. Ich habe noch vier. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich zu wenig Punkte, damit ich den nächsten Stern kriege, wahrscheinlich. Das war's. Jetzt muss ich warten. So, Mist. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr machen. Na gut. Dann würde ich auch sagen, dass... Oh, was kriege ich denn vielleicht hier noch? Ah. Scheiße. Das waren die fünf Punkte, die gefehlt haben. Für den Großen. Für, für, für. Den hier vorhin. Ich hatte 50 gehabt. Durch die 5 hätte ich jetzt 55. Dann hätte ich das noch geschafft. Und jetzt muss ich warten. Ah. Ärgerlich. Naja. Da kann ich jetzt wohl nichts mehr machen. Was habe ich hier noch? Ja. Weg ging. Bringt auch nichts, oder? Geht das? Geht das? Ne. Geht nicht. Ich bin gerade in der Übung. Na gut. Dann war es das wohl. Das war Harry Potter. Harry Potter. Ja, Harry Potter. Ja doch. Harry Potter. Blum, blum, blum. Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, ob am nächsten Mal ihr seid. Ich sage euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.